So, hier ist Schnee treiben. Der Lkw versucht schon seit einer halben Stunde hier von der Straße wegzukommen, aber gelingt ihm nicht. Ist doch klar, hat keine Last hinten drauf. So, hier ist die Lkw. Ich schneide auch unaufhörlich. So, ein neuer Versuch, Straße blockiert, aber es kommt nicht durch. So, der kommt zurück. So, hier ist die Lkw. So, hier ist die Lkw. So, hier ist die Lkw. So, hier ist die Lkw.